Ich hab Papa die Hose vollgekotzt, der hat da rumgebrüllt. Mama. Der Teppich, der Teppich. Den hab ich gestern in der Sauna gemacht. Du weißt wirklich nicht, wann das Foto gemacht worden ist, oder? Wieso? Auf deiner Konfirmation. Aber auch genau zwei Wochen, bevor ihr abgehauen seid. Du machst immer alles kaputt. 15 Jahre? Was machst du so? Hast du die letzten Jahre getrieben? Ach komm, ist doch uninteressant. Nee, erzähl doch. Ja, das kann aber dauern. Du, ich muss noch ein paar Besorgungen erledigen. Aber danach. Hast du Lust auf Romy? Ja, Romy. Du klaust noch den Cadillac. Und dann kannst du raus. Wenn du dann allerdings singst. Nein, ich würde ihn verpfeifen. Alles wie gehabt. Eugen, wir fahren. Das ist ein Romy. Musik 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 Ich.